Schönen guten Tag und herzlich Willkommen zu Ihrem AIDA Prime-Termagazin. Draußen ist es langsam so richtig frisch, deswegen haben wir extra für Sie richtig sonnige Themen. Viel Spaß! Kreuzfahrten sind ja auch immer ein wunderbarer Anlass zu heiraten. Da kommen die herrlichsten Orte zusammen mit der Hochzeitsreise. Die ist ja gleichgemäßermaßen immer schon drin. Und genau das haben Claudius und Katrin geplant. Und dann kamen zwei ungebetene Gäste zu Besuch, nämlich Hurricane Matthew und Hurricane Nicole. Und die wollten den beiden einen Strich durch die Rechnung machen, nicht mit unseren Kollegen von der Luna. Und Sie wissen ja, ich liebe Happy Ends. Gucken Sie mal, was passiert ist. Auf dieser Reise war das so, dass unser Kapitän Thomas May eine große Versammlung organisiert hat von allen Gästen, um den Gästen zu erzählen, dass wir auf dieser Reise die Bermudas nicht anlaufen können, aufgrund der beiden Hurricanes Matthew und Nicole. Nachdem unsere Gäste die Information dann bekommen hatten, ist mir sehr schnell mitgeteilt worden, dass wir ein Pärchen an Bord haben, die eben genau in diesem Hafen auf den Bermudas heiraten wollen. Klar war, dass wir die Bermudas gar nicht ansteuern, wirklich. Das war ein ganz schön trauriger Moment. Aber mussten wir auch beide ziemlich flucken. Markus, mein Entertainment Office Manager, hat dann auch sofort alles in Bewegung gesetzt und hat sowohl Landseite, unsere Agentur angeschrieben, aber auch die Agenturen in unseren Häfen angeschrieben. Warum eigentlich nicht in Nassau? Und dann haben wir auch ein positives Feedback von der Agentur dort vor Ort bekommen, die uns gesagt haben, es ist rein theoretisch möglich, wenn wir jetzt alles in Bewegung setzen. Dann habe ich die beiden informiert und habe gesagt, hör zu ihr Lieben, wir kriegen das für euch hin. Und dann hat man richtig gesehen, wie die Augen von beiden Seiten angefangen haben zu punkeln, weil beide schon gar nicht mehr daran geglaubt haben. Und dann ging es los. Musik Toll, siehst du aus. Danke. Schön für den Sommer, für eine Sommerhochzeit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Musik 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 Das ist traumhaft schön, wir haben uns das so schön nicht vorstellen können. In einem wunderschönen Rahmen hier am Strand, für uns unvergesslich und vor zwei Tagen hätten wir nicht gedacht, dass es so ein toller Tag wird, dass AIDA uns so einen wunderschönen Hochzeitstag organisiert. Vielen, vielen Dank, liebes AIDA-Team, für diesen wunderschönen Tag. Vielleicht erinnern Sie sich, Anfang des Jahres haben wir ja ältere Rock'n'Roll-Musiker gecastet. Wir dachten, so eine richtig alte Rockband zusammenzustellen könnte richtig Spaß machen. Das haben wir gemacht, die waren jetzt auf Tournee, gucken sich die Bilder mal an. Viel Spaß! Kenny hatte mich mal angerufen, dass es da eine Audition gibt in Hamburg. Riesenaufstand da, viele, viele Leute, auch sehr viele gute Interessen. Und hinter mir sind unglaublich viele ganz alte und ganz erfahrene Musiker und wir machen heute hier Bandcast in der besonderen Art. Lord, I haven't seen so many Dinosaurs in one place in my life. It was a great experience. I saw a lot of old friends, which is also nice. Okay, we just finished up a really great, great rehearsal. And with a special guest tonight, we have two of the girls from the AIDA that are going to come and join us on stage and help the sound a little bit. We're looking forward to it. We waren am Montag schon ganz begeistert von der Band und es war toll, jetzt heute nochmal so ein Joe Cocker Special zu sehen. War super. Leute, das Publikum war toll, die Band hat sehr gut gespielt und hat uns sehr Spaß gemacht. Jede Minute. Facebook Soccer Eben hatten wir beim Drehen noch richtig Sonnenschein, aber jetzt hat's angefangen zu regnen, es ist richtig kalt geworden. Und wenn Sie auch dem Trüben Novemberwetter entfliehen wollen, dann gehen Sie mal auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro und für Sie habe ich jetzt das Angebot der Woche mit ganz viel Sonne. Bitteschön. Wohlfühlen auf Aida, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. So, jetzt wird es langsam richtig ungemütlich hier. Die Bedingungen sind nicht die allerschönsten, wenn es allerdings um innere und äußere Schönheit geht. Da haben wir zwei Expertinnen an Bord, Gitta Sachs und Tanja Seehofer. Gucken Sie mal, was die mit Ihnen machen werden. Bitteschön. Hallo ihr Lieben, hier ist die Gitta Sachs und ich freue mich jetzt schon zum zweiten Mal Workshops auf der Aida zu geben. Und zwar geht es auf die Aida Bella und ich habe mir an meine Seite geholt eine ganz liebe Freundin und ganz tolle Yoga-Lehrerin, die Tanja Seehofer. Hallo, freu mich auch sehr. Danke Gitta. Ja, und wir fahren mit der Aida Bella nach Indien. Bangkok. Genau, Singapur. Manasi. Genau, also es wird eine super, super wunderschöne Route und das Thema unserer Workshops ist Schönheit von innen und außen. Ja, es erwarten euch Workshops, in denen wir den Blick nach innen richten. Meditationen. Genau, geführte Meditationen mit Tanja und mir. Und ich verrate euch natürlich auch die Beauty-Geheimnisse der Models und Stars von der Glamour-Welt, vom roten Teppich. Also wirklich auch richtig handfeste, gebrauchbare Beauty-Tipps, also Styling-Tipps. Alle Infos findet ihr auf der Aida-Seite und wir freuen uns auf die magische Reise. Am 28. November geht es los, bis 12.12. Seid dabei und ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie jetzt auch wieder dieses, ich will unbedingt Aida-Fahren-Gefühl kriegen, hier für Sie die schönsten Bilder der Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich liebe euch alle über hier. Untertitelung. BR 2018